Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über NW Cloud Facebook Poster geschrieben, welchen er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Facebook ist als Werbefläche nicht mehr wegzudenken. Die Social Media Platform hat ein immer größeres Publikum gewonnen und damit auch immer mehr Bedeutung für Unternehmen. Facebook ist heutzutage Teil jedes guten und effektiven Online-Marketing-Strategie, weil es schnell an die perfekte Zielgruppe gelangen kann und die Kosten überschaubar bleiben. Wenn man Werbung auf Facebook als Einzelperson macht, kann dies sehr Zeitraum sein, da man häufig die gleichen Texte als unterschiedlichen Seiten postet. Dafür gibt es den NW Cloud Facebook Poster, der genau dies übernimmt. Zu den Details kommen wir im Laufe des Berichts. Um den NW Cloud Facebook Poster zu nutzen, braucht man eine eigene Domain. Wer bereits eine besitzt, ist hier definitiv im Vorteil. Falls man noch keinen Gebrauch hat, besucht man die Webseite united-domains.de und gibt dann seinen Wunschdomain an. Dabei sollte man beachten, dass diese nicht die Worte Facebook oder die Abkürzung FB, Posten, Poster, Gruppen und ähnliches beinhaltet. Wenn die gewünschte Domain verfügbar ist, bestellt man sich diese dort. Man bekommt schon sehr günstige Domains ab 5 Euro jährlich. Anschließend muss man die Domain konfigurieren. Dafür geht man kurz in die Einstellungen und wählt dort den Punkt DNS Einträge. Nun kommt man in ein weiteres Fenster, wo man den A-Eintrag definieren kann. An der Stelle IPv4 gibt man diese Adresse ein. 66.225.198.98. Wenn dies erledigt ist und die Änderungen gespeichert wurden, muss man lediglich seine Domain dem Support von MB-Cloud mitteilen, damit man freigeschalten wird für die Nutzung des Facebook-Posters. Natürlich muss man vorab den MB-Cloud-Facebook-Poster gekauft haben. Wie der Name bereits verrät, liegt das Programm zum Posten in einer Cloud. Eine Cloud ist ein Online-Speicherplatz, wo Daten gespeichert werden auf einem Server. Um auf die Daten zugreifen zu können, braucht man meistens nur Internet und einen entsprechenden Zugang. Bekannte Cloud sind z.B. Dropbox oder iCloud. Unter dem Cloud-Computing versteht man, dass man Programme ausführt von einem anderen Rechner und nicht dem eigenen Rechner. Genau diese Methode verwendet auch MB-Cloud. Das heißt, man braucht kein Programm zu installieren oder sich um Updates zu kümmern, da dies alles in der Cloud stattfindet. Das hat noch einen weiteren Vorteil. Der Computer muss nicht an sein, damit MB-Cloud funktioniert. Mit MB-Cloud kann man also automatisch Beiträge bzw. Nachrichten auf Facebook posten und zwar in Gruppen oder auf Fanseiten oder dem eigenen Profil. Man kann sich einen Zeitplan erstellen, der genau festlegt, wann welche Nachricht veröffentlicht werden soll und wo. Damit man stets seine Zielgruppen optimal erreicht, kann man sich verschiedene Listen aufbauen, die eben sortiert sind und unterschiedliche Gruppen festhalten. In der MB-Cloud steuert man seine eigenen Beiträge und Nachrichten im sogenannten Dashboard. Dort kann man zunächst auswählen, was für eine Art von Artikel man an die Öffentlichkeit bringen möchte. Einen Text, ein Bild, ein Video oder einen Link. Wenn man einen Link teilen möchte, so fügt man die Link-URL ein, tippt die passende Nachricht dazu ein, verpasst dem Ganzen einen Titel sowie eine Beschreibung und optional kann man hier auch noch ein Bild oder URL hinzufügen mit dazugehöriger Bildunterschrift. Nun wählt man den Zeitpunkt der Veröffentlichung aus, indem man das Startdatum festlegt. Dieses kann sofort sein oder aber auch in der Zukunft liegen. Ebenfalls kann man bestimmen, wie häufig die Nachricht gepostet werden soll, also in welchem Sendeintervall. Außerdem geht man auch an, wie lange das Ganze wiederholt werden soll und ob der Post nach der Veröffentlichung wieder gelöscht werden soll. Im nächsten Abschnitt geht es um den Ort der Veröffentlichung. Hier kann man wählen, ob einfach in allen Gruppen, in denen man selbst Mitglied ist, die Nachricht geteilt werden soll oder auf allen gefällten Seiten, auf allen Seiten, die man selbst verweitet oder eben in den verabsortierten Listen mit den ausgewählten Gruppen. Sobald diese Einstellungen getroffen wurden, kann man den Link, das Video, den Text und das Bild veröffentlich machen. In der NW-Cloud gibt es links noch den Reiter Zeitplan, wo man stets den Überblick über aktuelle und zukünftige Postzeit hat. Dort findet man außerdem auch Gruppen, wo man die Zielgruppen sortieren kann nach Themen oder sonstigem. Es gibt zwei Varianten, den Zugang zu erhalten. Entweder gegen eine Einmalzahlung von 67 Euro oder man schließt ein Abonnement ab und zahlt monatlich 27 Euro. Dieser Vertrag kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen aufgehoben werden. Neben diesen Gebühren muss man noch die Kosten der Domain berücksichtigen. Wie bereits gesagt, kann man diese aber schon sehr günstig für 5 Euro jährlich freischalten lassen. Auf Facebook werben kann eigentlich jeder. Das könnte eine Person des öffentlichen Lebens sein, die mehr Fans erobern möchte, ein Unternehmer, der sein Produkt oder seine Dienstleistung verkaufen möchte und dafür mehr Interessenten gewinnen möchte und so weiter. Besonders gern werden solche Programme auch von Affiliate Marketing genutzt, da man hier konkrete Leute ansprechen kann, die ohnehin schon Interesse zeigen, weil sie in bestimmten Gruppen Mitglied sind. Facebook hat den Vorteil, dass man auch direkt in Kontakt reden kann mit der Person. Wenn man zum Beispiel sieht, dass eine Person mit dem Beitrag, den man soeben veröffentlicht hat, interagiert, kann man diese kurz darauf persönlich anschreiben. Daher ist Facebook ideal für das direkte Marketing und für den Direktverkauf geeignet, da man eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Kurz umgesagt kann eigentlich jeder den Facebook Poster gebrauchen, der kostengünstige Werbung machen möchte und nicht die Zeit hat, jeden Beitrag einzeln zu teilen. Ich nutze Facebook für diverse Affiliate Produkte. Ich hatte schon eine Domain und daher ging das mit dem Zugang zum Poster sehr schnell. Die Menüüberfläche ist absolut simpel und man findet sich gut zurecht. Das Erstellen eines Beitrags ist innerhalb weniger Minuten erledigt und genauso schnell wird er auch öffentlich. Mit dem Zeitplan habe ich die Möglichkeit, schon eine ganze Woche im Voraus zu planen. Es ginge theoretisch auch länger, aber weiter reicht mein Blick in die Zukunft nicht. Er nimmt mir viel Arbeit ab, die ich vorher manuell erledigt habe. Selbst wenn der Computer aus ist, kann ich mir sicher sein, dass ich auf Facebook trotzdem aktiv bin und die Leute sehen und mir regelmäßig aktuelle Nachrichten. Ich finde den Poster absolut genial, denn die Zeitersparnis ist enorm für mich und ich ärgere mich, dass ich es nicht schon vorher gekannt habe. Denn dann hätte ich mir so einige Stunden sparen können. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Floh von produkt-kenner.de Das war der Floh von produkt-kenner.de